Hallo und willkommen bei HardwareRat. Hier das Update des 1.800 Euro Gaming Computers Dezember 2015. Als Prozessor der Intel Core i7 5820K mit 6x3,3 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,6 Gigahertz, 140 Watt TDP, hat Hyper-Threading, das deutet jeder Kern als 2 Threads, also ein theoretischer 12-Kerner und hat einen KM-Namen, was heißt er dann freien Multiplikator, also freies Übertakten. Es ist zurzeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gamer die nächsten 4-6 Jahre locker ausreichen. Falls er denn mal irgendwann zu schwach wird, kann ich ihn ja übertakten. Dann als CPU-Kühler der BeQuiet Dark Rock Pro 3. Es ist ein sehr großer und starker CPU-Kühler und mit ihm kann den Prozessor leise betreiben oder übertakten. Als Mainboard, dass er Asrock X99 Extreme 4 mit dem Intel X99-Chips hat. Es hat USB 3, SATA 3, 8 DDR4-Rahmbänke, Pisa Express 3.0, 1 M2-Slot, 1 7.1 Soundchip und am I-O-Panel zum 1x PS2, 4x USB 2, einmal externes SATA, 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 5,3,5 mit Media-Klinken sowie ein Tastling für den Soundchip. Und als Arbeitsspeicher 16 GB von G-Skill. DDR4 2400 und CL15 sind ganz okay. Es ist ein Quad-Kit, was heißt man kann ihn in einem Quad-Channel-Modus betreiben und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre erstmal genug. Als SSD die 250 GB GUSHEL BX100. Es ist eine schnelle SSD und 250 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als Festplatte eine 1 TB von Toshiba. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und ein Terabytes für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 6 GB KFA-2 GTX 980 Ti. Es ist eine übertaktete Version der GTX 980 Ti. Mit ihr soll man dann so gut wie alle derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Und als Netzteil ein 500 Watt Big White Straight Power E10. Es hat 80 Plus Gold, was sehr energiesparend ist. Es hat Carbon Management, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht braucht. Und 500 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Asus. Und als Gehäuse der Sharkoon BW9000W. Es ist ein elegantes, blau leuchtendes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten. Außerdem sind zwei 140 und ein 120 mm Lüfter bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video ein Teil zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen und dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.